Das Intranet ist längst das Rückgrat der internen Kommunikation vieler Unternehmen, auch für den Maschinen- und Anlagenbauer GEA. Dieses auf den neuesten Stand zu bringen und zahlreiche unterschiedliche Plattformen zu integrieren, stand im Mittelpunkt des Projektes Connect 2.0. Global wurden über 90 Content-Verantwortliche in die Implementierung zahlreicher neuer Features eingebunden, darunter etwa ein KI-basiertes Übersetzungstool und personalisierte Startseiten. Nach dem reibungslosen Migrationsprozess deutete der sprunghafte Anstieg der Zugriffszahlen und Engagement Rates auf den nachhaltigen Erfolg dieses anspruchsvollen Change-Management-Projektes hin.